jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja es ist hier nicht so ein standardmäßiges video wie sonst auch immer es ist ein bisschen wichtiger und es geht auch eher weniger um mich es geht eher um dich und um das ganz normale leben wenn man es so nimmt also bleibt doch bitte dran vielleicht bringt es dir was und es würde mir schon reichen wenn irgendwie mal in fünf jahren oder zehn jahren vielleicht eine person ankommt und sagt ja du hast mein leben nachhaltig verändert beziehungsweise ja das hat mir tatsächlich was gebracht was du damals mal also heute erzählt hast ja wo fange ich denn da großartig an ich bin halt auf die idee gekommen dieses video zu machen weil ich mir relativ viel gedanken über das normale leben mache und gerade beim bluschen ist mir halt der gedanke gekommen ja könntest ja mal auch diese gedanken mal mit den leuten teilen ihr wisst ja dass ich auch relativ viel durchziehe letzte woche einfach in arbeit und youtube wenn man die fahrzeit noch mit einberechnet von der arbeit insgesamt 80 stunden die woche rein investiert und ja wo fange ich jetzt am besten an die meisten leute ich weiß auch nicht wie alt ihr seid oder wie alt die meisten von euch sind ich gehe mal davon aus ein bisschen jünger eigentlich ist es umso besser umso jünger ihr seid wenn ihr dieses video hier schaut weil dieses video auch ganz schön viel in eurem leben verändern könnte ich bin noch nicht so geübt in die kamera zu schauen während ich ein video mache also tut mir auf jeden fall leid dafür mein deutsch ist auch komplett broke bin halt vor kurzem erst aufgestanden wir haben 9 u24 gerade naja jedenfalls wo fangen wir da am besten an ja ich glaube die grundmessage von diesem video ist das leben ist zu kurz um unbedeutend zu sein ihr kennt es ja sicherlich von euren eltern oder von eurem mitmenschen oder von eurem jetzigen leben auch man startet ins leben geht in den kindergarten dann geht man in die schule danach macht man seine ausbildung studium whatever oder man weiß halt nichts mit seinem leben anzufangen ich werde euch mit diesem video auch nichts verkaufen das ist einfach nur ein video weil ich möchte dass ihr alle ein schönes leben habt beziehungsweise etwas im leben erreicht weil bei mir war es beispielsweise so jetzt eine kleine story time ich habe meine ausbildung gemacht die gingen dreieinhalb jahre eigentlich drei ich musste ein halbes jahr verlängern aber shit happens das hat mir im nachhinein betrachtet nichts wirklich gebracht weil ich da so mäßig reingedrängt wurde von lehrern die meinten ja macht doch einfach irgendwas dann habt ihr was in der tasche und dann gammelt ihr kein jahr zu hause rum ich meine wenn ihr etwas interesse habt dann macht dann eine ausbildung macht studiert dahin dann ist alles super aber wenn ihr euch zu irgendwas rein gedrängt fühlt worauf ihr eigentlich gar keine lust habt und dann also bei mir war das so meine ausbildung habe ich insgesamt 30 kilo zugenommen ich meine jetzt habe ich eine menge abgenommen ich glaube das sieht man auch aber ich habe 30 kilo meine ausbildung zugenommen ich war unglücklich ich ich habe nebenbei youtube gemacht da fing das alles an mit social media und so weiter und da hatte ich auch ein hype und ja ist eigentlich gar nicht so wichtig aber die meisten tage kam ich dann von der arbeit nach hause entweder um 19 uhr oder um 16 uhr habe mich dann ins bett gelegt wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen ich habe mich einfach schlecht gefühlt wusste am nächsten tag muss ich wieder hin und dann wieder da acht stunden verbringen obwohl ich darauf überhaupt keine lust habe und ja was soll ich sagen also die die meisten arbeiten halt darauf hin irgendwann sich nebenbei ein haus aufzubauen eine familie zu gründen dann hat man irgendwann mit 50 60 sein haus abbezahlt dann laufen vielleicht schon die ersten enkel rum und dann sind es noch arbeitet man noch zehn jahre 15 jahre bis man das rentenalter erreicht hat um dann vielleicht noch zehn jahre das nicht mal genießen zu können wofür man sein leben lang gearbeitet hat weil sein körper einfach kaputt ist ich meine mein vater ist selber an die 50 und man merkt auch selber so sein körper ist jetzt schon kaputt er macht körperlich schwere arbeit macht es halt auch alles nur um geld zu verdienen um weil wir haben haus alles und naja halt so mäßig aus zwang erst nur am wochenende zu hause ist auf montage natürlich bietet das leben wesentlich mehr als sowas man kann auch ein klasse job haben wo man sich nicht kaputt macht aber es ist doch in den wenigsten fällen der fall dass man halt wirklich auf also das worauf man bock hat dann wirklich dann auch macht da gutes geld verdient spaß dran hat und ein glückliches leben führt deshalb mache ich auch nebenbei youtube weil mir das halt normale arbeiten auch nicht reicht ich jetzt mache ich auch einen job der mir jetzt nicht wirklich gefällt nur um meine fixkosten zu decken um nebenbei youtube durchziehen zu können und ich weiß man da genügend arbeit reinsteckt dann kann es was werden und man führt ein glücklicheres leben weil ich kann es nicht mit mir vereinbaren dieses basic life mit diesem nine to five job dieses leben zu führen um dann ein paar stunden am tag halt wirklich freizeit zu haben im endeffekt macht man dann andere sachen wie haushalt kümmert sich um weiß ich was hat dann im endeffekt auch keine zeit für gar nichts heißt man arbeitet nur um irgendwie seine miete zu zahlen um im endeffekt nicht mal wirklich spaß am leben zu haben mit dem geld was man verdient weil es halt einfach für irgendwelche anderen sachen drauf geht ich hoffe ich laber euch jetzt nicht irgendwie unnötig voll weil ich wirklich weil das ist wirklich planlos was ich hier erzähle guck mal ich habe eine oma die ist 92 jahre alt ich weiß nicht wie oft ich sie im leben noch sehen darf weil ich auch relativ weit weg von meiner familie aufgrund der ausbildung lebe weil meine eltern und familie leben alle relativ auf dem was relativ auf dem lande und man sieht sich dann nur so zwei dreimal im jahr oder viermal im jahr wann ich dann mal da bin das kann man wirklich an einer hand abzählen und ja ich kann nicht einmal eine kleine story erzählen wie schnell das alles vorbei sein kann ich habe letztens ja eine freundin kennengelernt und naja die ist ja jünger als ich also die ist 20 und ja soll ich sagen ihre mom hatte eine relativ relativ hatte eine sehr schlimme krankheit die konnte sie besiegen und musste sie zu einer untersuchung und dann ich werde den namen der krankheit nicht nennen wegen werbefreundlichkeit auf youtube aber dann wurde bei einer kontrolle wo eigentlich alles besiegt war festgestellt ja sie das war nicht besiegt und es hatte gestreut jetzt wird wahrscheinlich jeder wissen worum es sich handelt und ja zwei wochen später nach dieser diagnose dass es gestreut hat quasi dann auch nicht mehr da und die war halt nicht mal so alt wie meine eltern und ja so schnell kann es vorbei sein und ich will euch einfach nur das mit auf den weg bringen macht das worauf ihr lust habt baut euch vielleicht nebenbei noch was auf findet eure leidenschaft und ich meine wenn ihr eine leidenschaft hat bei mir ist das beispielsweise youtube leute ich streame teilweise 30 stunden die woche jetzt auch wieder nebenher von meinem beruf und mir macht es absolut nichts aus weil es macht mir mega viel spaß wisst ihr wie ich meine da ist es auch keine arbeit man ist es ein hobby man verdient nebenbei geld mega nice sache und man kann davon dann irgendwann vielleicht mal leben wisst ihr wie ich meine und dann muss man quasi gar nicht mehr arbeiten man macht einfach das worauf man bock hat so geld kommt nebenbei wobei geld ist schon wichtig aber jetzt nicht das wichtigste man hat einfach spaß an diesem verdammten leben weil es kann so schnell vorbei sein ich will euch das nur mal mit auf den weg bringen doch wenn wir geben tut mir leid also das video ist halt wirklich ich habe keinen nonnsens aber es ist guck mal ich habe aufnahme gedrückt und ich sitze hier habe ich was vor und das war's mehr arbeit stecke ich da nicht rein weil ich ich möchte euch damit nicht großartig unterhalten ich möchte euch nur ein anreiz geben vielleicht irgendwann ein besseres leben zu führen wie 99 prozent der anderen menschen weil viele das nicht verstehen also den sinn dahinter ich also meiner meinung nach meine meinung kann jeder denken wie er möchte meiner meinung nach sollte das leben nicht auch wenn es für die gesellschaft wichtig ist meiner meinung nach sollte das leben nicht so sein dass ihr ein leben lang arbeitet in einem beruf der euch keinen spaß macht euch dann vielleicht nebenbei euer häuschen aufbaut eine familie gründet natürlich ist es auch schön aber das sollte nicht dass das sollte man nebenbei machen das sollte man einfach nebenbei machen aber man sollte nicht nur deshalb arbeiten man sollte nicht nur deshalb arbeiten und bei den meisten ist ja so die geben alles für haus und so weiter aus aber das sollte noch genügend über sein um einfach spaß zu haben um einfach spaß um geiles leben zu haben um zu reisen um die welt zu sehen aber bei den meisten ist es so vielleicht leben die auch ihr ganzes leben lang in der wohnung ist ja auch gar nichts verwerflich dran aber meistens ist es so du brauchst ein häuschen hast deine familie hast kaum geld über kannst dir so gut wie nichts leisten die leute aus dem westen will jetzt sagen what the fuck ist doch gar nicht so aber naja ich kann mir vorstellen es ist bei vielen leuten so weil ich halt gefühlt nur solche leute kennen die halt 20 30 jahre älter sind als ich und meinen ja da komme ich nicht mehr raus warum sollte ich denn jetzt neuen job lernen und so weiter ich finde doch eh nichts mehr ist absoluter quatsch aber naja ich bin mein vater schon so oft darüber unterhalten nein aber es ist doch so dann dann arbeitest du dafür dann hast es irgendwann kann es so sein aber dann ist dein körper kaputt dann ist dein körper einfach kaputt dein körper ist kaputt dann lebst du da vielleicht noch zehn lass es 15 vielleicht auch 20 jahre und du glück hast dann lebst du darin so nur alles abbezahlt hast ja wenn du in rente bist ja aber das ding ist wo manche also beziehungsweise viele sehr sehr viele leute reisen auch erst wenn sie wirklich alt sind aber mal ehrlich mit 70 80 wer sagt dass ihr noch hier seid wer sagt dass das ihr gesundheitlich noch so fit seid dass ihr dann so sagt so ja wir machen jetzt eine weltreise so ich fühle mich super sind nicht viele sind nicht viele manche leute bekommen mit 50 mit 60 schon gesundheitliche probleme dass nichts mehr geht ich kenne leute die sind mitte 60 die die hängen an einem schlauch die können nicht mehr richtig atmen wisst ihr wie ich meine es gibt auch leute bei denen es mit 50 schon vorbei und dann denkt man sich so das war's so einfach lebenszeit verschwendet für nichts weil im endeffekt im endeffekt leute müsst ihr es so sehen habt eine geile zeit auf diesem planeten ihr könnt nichts mit ins grab nehmen achtet auf euch macht einfach das was euch spaß macht es soll sich heißen ja mama ich werde jetzt hier fortnite e-sportler ich mache keine ausbildung ich gehe nicht arbeiten nein auf keinen fall aber ja macht euch genügend gedanken was ihr auf dieser welt machen wollt was ihr ja was was euer ziel ist macht euch darüber genug gedanken ihr seid alle noch saujung und ihr habt alle dafür genügend zeit aber wie gesagt ist das leben ist meiner weile nach zu kurz um irgend jemand zu sein der durch 30 40 prozent der menschen die auf dieser welt leben den man ohne problem ersetzen kann findet das auf dieser welt wo ihr wirklich mit abstand wo ihr ein talent drin habt wo ihr euch das ziel setzen können so ich gebe 100 prozent ich ähm ja ich bin einfach der beste aus meinem gebiet so dann verdient ihr automatisch damit geld keine frage so ähm wisst ihr also macht einfach das worauf ihr bock habt lasst euch nicht großartig reinreden wenn eure eltern sagen ja du wirst anwalt aber ihr habt bock ja ich würde gern brötchen backen ich möchte bäcker sein gar kein problem oder wisst ihr wie ich meine ich will mechatroniker werden ich will an autos rumbasteln das ist einfach keine arbeit mehr weil das macht euch bock lasst euch nicht von irgendjemand irgendwo rein drängen und wenn ihr keinen plan habt was ihr machen wollt dann macht ein freiwilliges soziales jahr ich meine dieses eine jahr mein gott man arbeitet man wird später wahrscheinlich bis 75 arbeiten dieses eine jahr wo man jetzt nicht arbeitet und kein geld in die rentenkasse einzeit wisst ihr wie ich meine das macht es jetzt auch nicht bevor ihr irgendwie 20 30 40 50 jahre eures lebens in irgendwas rein investiert was euch keinen spaß macht nehmt euch ein jahr außerhalb probiert ein bisschen rum und dann fangt ihr dann ist doch gar kein problem teilweise bin ich ein bisschen durcheinander gekommen aber ich hoffe dass irgendeiner dass es irgendeinem von euch hilft dass diese knapp 14 minuten hier dass ich die nicht umsonst aufgenommen habe und wenn dann irgendjemand in ein paar jahren zu mir kommt und sagt so jo du hast mich zum nachdenken gebracht und ich mache jetzt was was mir wirklich bock macht ich verdiene gutes geld damit ich habe ein nices leben eine schöne familie ich habe jetzt schon haus oder whatever so ne ich habe schon ein paar ziele erreichen können dann war es doch das absolut wert dass ich mich hier um 9.30 Uhr hingesetzt habe und einfach hier 14 minuten für euch gelabert habe leute in diesem sinne ja lebt jeden tag als wäre es euer letzter habt spaß am leben versucht was zu erreichen und findet eure leidenschaft in diesem sinne leute würde ich sagen ja haut da rein bis zum nächsten mal und ciao ich schneide es hier nicht wir beenden jetzt die aufnahme bis zum nächsten mal